Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ist in unserem Oster-Magazin ein feines Fischrezept vorgestellt. Bei der Firma TopToc in Basel, dem Hauptimporteur von Coop, muss man ziemlich früh am Morgen aufstehen. Die Vorschriften im Fischhandel sind streng und eine sorgfältige Eingangskontrolle steht am Anfang von jeder Lieferung. Weil die Temperatur des Fischs nie über 2 Grad steigen darf, ist das Eis hier fast so wichtig wie der Fisch selber. Ein grosser Teil des Fischs wird bei Coop in Selbstbedienung verkauft. Fertig zerlegt und dressiert werden die schönsten Filen aussortiert und in spezielle Frischhaltepackungen abgefüllt. Eine Hauptrolle im neuen Schweizer Kinofilm «Ernstfall in Havanna» mit Victor Giacobo hat unser Gast. Herzlich willkommen im Studio, Mike Müller! Hallo, Mike! Guten Abend! Schön, dass du hier bist. Um was geht es in diesem Film und wer spielt sonst noch mit? Sabina Schnebeli spielt auch mit, eine Journalistin. Es geht um die Schweizer Botschaft in Kuba, die dort wirklich auch die amerikanischen Interessen vertritt. Mehr oder weniger gut. In unserem Fall geht das schief. Und was läuft denn da genau schief? Victor ist stellvertretender Botschafter und ich bin Sicherheitsbeamter der Schweizer Botschaft. Und das kann so nicht gut kommen. Aha. In diesem Fall eine Komödie von der Regisseurin Sabina Boss. Wann ist der Kinostart? Worn in einer Woche, 14. März. Und wir sind sehr gespannt. Wir auch. Danke, Mike. Dann wechseln wir jetzt von Kuba nach Asien für ein thailändisches Rezept. Richtig, heute gibt es ein Bullet Curry mit Früchten und Kokosmilch. Grüezi miteinander. Salut, Mike. Salut, Armin. Kokosmilch, grüne oder rote Currypasten, Ananassaft und pressten Knoblauch anrühren. Bullet Brüste damit begiessen und eine Stunde im Kühlschrank marinieren. Sibbel, Knoblauch und Peperoncini im heissen Öl anbraten. Mit Pilati und Kokosmilch ablöschen. Currypasten dazugeben und alles einköcheln. Dann eine Nassscheibe abtropfen und in Stückchen schneiden. Eine Mango halbieren und ebenfalls in Stückchen schneiden. Das Fleisch jetzt mitsamt der Marinade in die Soße geben und 10 Minuten drin schmoren. Zuletzt Früchte beinfügen und weitere 2-3 Minuten in der Soße heiss werden. Zum Schluss das Gericht mit Pfeffer, Musken, Zimt, Korianderpulver und Salz abschmecken. Und am besten natürlich mit einem Reis servieren. Das Rezept, Sie wissen, steht in der neuen Coop-Zeitung. Viel Vergnügen. Guten Abend. Besten Dank Mike und Armin. Hat Spaß gemacht. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage gelautet, bei welcher Temperatur muss frischer Fisch transportiert werden? Bei höchstens 0, 2 oder 4 Grad? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich höchstens 2 Grad. Und damit zwei Tageskarten für die Expo 02 mit Verpflegung im Restaurant Biotavola gewonnen hat... ...der Alan Satterli. Danke für die Gratulation. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken. Ganz besonders natürlich bei dir, Mike. Mit dem du aus unserer Blumenabteilung bist du aus unserer Blumenabteilung. Danke vielmals. Danke. Nochmals zurück zu den Frischfisch. Seit kurzem offeriert Ihnen Coop auch Fisch von Coop Naturaplan. Aus kontrollierter biologischer Fischzucht aus der Schweiz und dem Atlantik bei Irland. Hier sieht man gerade, wie der Lachs vorbereitet wird. Den Fettigteil grosszügig entfernt, dann in die Tranche geschnitten oder kunstvoll filetiert. Nicht nur ganze Fische, auch Spezialitäten wie Fischspiesschen oder verschiedene Fischrouladen gehören ebenfalls zum Angebot unserer Fischabteilung. Und jetzt auf den Osteren finden Sie auch in unseren Läden wieder das beliebte Fischfondue. Zum Schluss noch ein Geschenktipp von Interdiscount. Zum Festhalten von den schönsten Ostersujets bekommen Sie dort den Panasonic VHS-C-Camcorder NF-RZ10 mit 250-fachem Digitalzum jetzt 200 Franken günstiger. Das war es für heute. Weitere Ideen für das Osternest sehen Sie bei uns in einer Woche. Es würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!